Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von einfach elektrisch. Ja, ihr habt es im Vorspann gesehen, es soll wohl einen neuen batterieelektrischen Kombi geben und der könnte schon Ende 2023 vom Bandlaufen in Österreich produziert werden und bringt da, glaube ich, einige interessante Features, die wir uns heute hier in diesem Video mal gemeinsam anschauen wollen, mit. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum, ihr schaut mal kurz nach, ob ihr schon Teil der einfach elektrisch Community seid, wenn nicht, würden wir uns freuen, wenn ihr uns mit einem Abonnement unterstützt, damit ihr halt auch in Zukunft solche und andere Videos nicht verpasst. Jetzt geht es aber mal los mit dem Alveri Concept Falco. Und wie immer starten wir von außen, starten von vorne, schauen auf die Frontpartie des Concept Cars Alveri Falco. Und da muss ich sagen, das sieht natürlich schon richtig schick aus. Hier wirkt er gar nicht so flach und so performant wie gleich auf den folgenden Bildern. Ein reinkonzipiertes Elektrofahrzeug, was, glaube ich, vom Design her auf jeden Fall positiv futuristisch auffallen könnte. Gerade wenn wir dann so ein bisschen auf die Seite, auf die Silhouette schauen, dann sehen wir, ja, es ist ein richtiger Kombi. Dafür auch mal einen kleinen Applaus, weil elektrische Kombis haben wir eigentlich gar nicht viele. Ich erinnere mich an den MG5, an den Audi A6 e-tron, der noch kommen soll. Und ja, da wäre es natürlich Ende 2023 wünschenswert, wenn wir da eine breitere Auswahl bekommen. Und ich muss sagen, erinnert mich ja so ein klein bisschen auch vielleicht an den Porsche Panamera. Aber das habe ich auch schon beim Sigre 1 gesagt. Also von daher möchte ich mich da gar nicht wiederholen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Design seht. Ja, von der Seite sehen wir es nochmal ein bisschen deutlicher. Das ist halt wirklich um einen Kombi sich handelt. Sicherlich hinten mit dem Avantischen Heck. Aber das ist halt auch so ein modernes Designbild, was, glaube ich, jeder Mann und jeder Frau dann gefallen könnte. Die Länge soll 4,75 Meter betragen. Also schon ein ordentliches, mittelgroßes Fahrzeug. Angetrieben wäre es wohl mit 300 kW, 408 PS Leistung. Vermutlich mit zwei Elektromotoren, 150 kW, Vorderachse, Hinterachse, Radantrieb. Das sind meine Mußmaßungen. Akku-Pack 80 kWh ist vorgesehen, was man bis zu 250 kW DC laden soll. Und dann soll das Fahrzeug auch noch von 0 auf 100 in 4,8 Sekunden beschleunigen. Jetzt fragt ihr euch, wie will Alveri das alles machen? Sie wollen es insofern machen, als dass sie Partner suchen. Und diese Partner sollen ihnen quasi die Plattform, das Grundgerüst geben. Also sozusagen beispielsweise die MEB-Plattform wäre da interessant oder auch das Tesla Model 3 als Plattform. Da soll man wohl Verhandlungen führen, sowohl mit dem VW-Konzern als auch wohl mit Tesla. Da ist aber noch nichts spruchreif. Aber Ende 2023 ist ja auch nur noch ein Jahr hin. Schauen wir so ein bisschen auf die Seite von hinten. Dann sehen wir halt auch ein futuristisches Heck mit einer schönen Heckklappe, sodass wir da halt auch einen hoffentlich großen Kofferraum von 400, 500 Litern erwarten können. Und natürlich auch gute Platzverhältnisse im Inneren, dass man halt mit Familie oder auch mit vier Erwachsenen gut reisen kann. Das sollte mindestens wohl der Anspruch vom Alveri-Konzept Falco da mal sein. Und wir sind Markenbotschafter bei Geld für E-Auto. Und da könnt ihr für euer rein batterieelektrisches Fahrzeug oder eure rein batterieelektrischen Fahrzeuge, wenn noch nicht geschehen, die THG-Quote beantragen. Und das ist total einfach, indem ihr einfach nur unten in der Videobeschreibung mal nachschaut. Da habe ich euch ein paar Informationen zusammengetragen und den Link zu Geld für E-Auto. Das geht sowohl als Privatperson als auch als Unternehmer. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, euch entsprechend zu registrieren von eurem batterieelektrischen Fahrzeug oder euren batterieelektrischen Fahrzeugen, die entsprechenden Kfz-Scheine mit der Vorder- und Rückseite hochzuladen. In der Regel dauert das keine fünf Minuten und dann übernimmt Geld für E-Auto alle weiteren Prozesse von der entsprechenden Beantragung über der entsprechenden Vermarktung und zahlt euch dann nach Erfolg die entsprechenden Prämie oder Prämien auf euer Konto aus. Wenn euch das gefällt, schaut da bitte in der Videobeschreibung nach. Geht da gerne auf unseren Link. Und wenn ihr unseren Link nutzt, dann unterstützt ihr natürlich auch diesen Kanal. Und dafür sage ich herzlichen Dank. Und nach außen ist vor innen. Und innen habe ich leider nur dieses eine Bild, wo hier mal diese Zeichnung ist, wo man aber halt auch nicht wirklich viel erkennen kann. Wo sind da die Displays? Wie futuristisch ist er? Wie teilautonom kann er fahren? Etc. pp. Wie gesagt, es handelt sich um einen Concept Car. Aber ich glaube, wenn man dann das auf die Straße bringen will und da hat Alveri ja ein kühnes Konzept. Sie wollen versuchen, 8000 Vorbestellungen auf den Alveri Concept Falco zu sammeln, um dann im Prinzip auch den Prototypen zu produzieren. Und dann auch Ende 2023, also sozusagen ja in zwölf Monaten auf den Markt zu kommen. Das sind, glaube ich, kühne, kühne Vorstellungen. Und da muss ich sagen, ich hoffe natürlich für uns, dass es klappt, weil jedes neue Elektroauto belebt natürlich das Geschäft. Aber es ist halt meines Erachtens auch äußerst ambitioniert. Und bevor wir zum Fazit kommen, hat natürlich Alveri auch Preise vorab mal versucht zu kommunizieren. Es soll also unter 50.000 Euro starten, also wahrscheinlich 49.900 Euro so als Startpreis. Oder alternativ vielleicht auch in einem Abo-Modell, wo man sich ab 490 Euro monatlich wohl vorstellen könnte. Ja, das sind natürlich erstmal so die Konzeptdaten. Das ist das, was das Startup plant, woraufhin sie versuchen wollen, dann vielleicht 8000 Vorbestellungen zu erreichen. Wobei ich glaube, man muss da schon den Vorbestellern vielleicht ein bisschen mehr bieten, als das, was ich euch bisher zeigen konnte. Aber da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, ob Alveri aus dem Konzept Falco dann den Alveri Falco schafft. Und ja, ich glaube, auf einer Basis, auf einer Plattform mit Tesla oder auch der MEB-Plattform hat man halt auch so ein technisches Grundgerüst mit Partnern, die halt sehr viel Erfahrung inzwischen auch in der Elektromobilität sammeln können. Und insbesondere Tesla, da hat ja alles so ein bisschen auch seinen Ursprung. Da könnte ich mir vorstellen, das könnte natürlich mega, mega genial sein, ein österreichisches Fahrzeug auf einer Plattform von Tesla. Ob Tesla da überhaupt Bedarf oder Interesse hat, das wird sich sicherlich zeigen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Wäre der Alveri Konzept Falco für euch vielleicht ein interessantes Elektroauto? Jeder Kombi ist ja, glaube ich, stark nachgefragt. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass viele das Design mögen. Innen muss natürlich nachgebessert werden. Da wollen wir konkretes wissen, wie sieht das aus? Was sind die technischen Features? Was dürfen wir da erwarten? Und dann könnte ich mir vorstellen, auch so in dieser Preiskategorie, respektive im Abo-Modell, könnte das natürlich äußerst interessant werden. Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst uns da austauschen. Und dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende des heutigen Videos schon angekommen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr uns mit einem Abonnement unterstützt. Und wir uns bald in den nächsten Videos, spätestens bei der Review, dem Fahrbericht und hoffentlich auch einer Verbrauchsfahrt mit dem Alveri Konzept Falco wiedersehen. Bleibt also bitte gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Euer Olli. Tschüss. 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 Tschüss.